ja genau das ist ein klatsch Hose G-Star G-Star das ist Magella die ist sehr schön, was hast du für die was geht ab Leute, mein Name ist Marm und kommt zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Kanal Leute, wir haben heute ein nicees wie viel ist dein Auswert am Start und zwar war ich vor kurzem auf der Last Up Sneaker Messe in München und habe da auf jeden Fall nice wie viel ist dein Auswert Szenen gesammelt, davon gibt es auch einen Vlog Leute, wie ich da bin, checkt auf jeden Fall die Videos mal ab, ist unten in der Beschreibung verlinkt wir haben auf jeden Fall auch by the way paar Künstler getroffen paar Sprechgesangsartisten ich kann die Jungs gar nicht so ganz einordnen, ob das jetzt Rapper sind oder ob das jetzt einfach eine Kategorie für sich selbst ist, ich würde behaupten das ist eine Kategorie für sich selbst checkt auf jeden Fall das Video bis zum Ende ab denn die Jungs haben auf jeden Fall sehr nice Fits am Start und ja, es war auf jeden Fall sehr cool die Jungs mal zu treffen mit den Jungs ein Video zu drehen und ansonsten sich nochmal auszutauschen die waren auf jeden Fall sehr korrekt am Start checkt auf jeden Fall das Video ab wir haben sehr nice Fits am Start die ein oder andere Rolli wurde auch ausgepackt Leute ich würde mal sagen, wir tauchen dann an der Stelle nicht zu viel rum und fangen einfach straight an mit dem Video Leute viel Spaß mit dem Video machst du auch Musik? ich mache auch, ich bin DJ ich mache DJing checkt auf jeden Fall sein Insta bleibst auf Insta Play Verb ja, aber dein Fit ist auch sehr interessant Bro ja, nicht mehr so gebügelt, nicht mehr fresh egal, falsch, ist auch egal starten wir bei deinen Schuhen, was sind das für Schuhe? ja, ein bisschen Public Braille auf jeden Fall okay, cool sehr sehr, sehr cool, ich finde diesen Stoff ich mag das und auch zu der Hose die Fit ist so ein bisschen safe ja Hose G-Star G-Star sieht man ja sehr, sehr cool mein Vinted Fit Bro check Vinted das ist immer kass okay, okay wie die dein Shirt? mein Shirt ist No More Wasted Day das ist ein Kollege von mir, William Winston macht auch Musik entspannt, entspannt sehr, sehr cool und dann noch die Bag die Bag hat meine Girl mir gemacht die macht die selbst wie hättest du das denn gemacht? ah, gehackert ja man okay, cool, cool aber auf jeden Fall nice hinbekommen so die die Watch ich hab mir G-Shirt an ich bin da ganz old school ich trage schon seit 10 Jahren G-Shirt okay, cool sie sind auch schön aus die Shirt ist auch cool ich finde das hier mit dieser Teddy Schrift ich lieb das das ist mein Lieblings Shirt das ist mein Lieblings Shirt muss man sagen, was kostet das? ich sag mal so ich hab das von ihm bekommen aber ich denk 30, 40 Euro so was in dem Dreh okay, cool cool entspannt Chains auch sehr wild thanks bro danke dir was sind das für Chains? das sind hier selbst zusammengewürfelt immer was, was ich was finde tue ich dran normal, normal, normal ja, cool, cool hat immer so seinen eigenen Vibe immer so seinen eigenen Vibe wichtig, wichtig, wichtig ja, cool danke dir bro möchtest du noch etwas in die Kamera sagen? ähm ich will sagen folgt ihm abonniert ihn er ist dein Schatz, bro ich danke dir dein Fit ist auch geil ich brauche unbedingt die oder klein wie dir was geht ab, bro, wer heißt du? wie geht's dir, bro? Adess super, Adess machst du Musik? ja, ich mach Musik was für Musik machst du? ich bin Sänger Sänger genau und das ist so eine Mischung aus ja, bisschen soulig natürlich Hip-Hop Elemente drin geil poppig ein bisschen auch viel Melodien auf jeden Fall check das ab du verlinkst dein Spotify auf jeden Fall korrekt ähm, ja, bro what's up, Digga was geht bei dein Fit? sehr farbenfroh ich finde das auf jeden Fall cool den Vibe fangen wir an bei deinen Latschen Sommer oder richtig was sind das für Latschen? meine Latschen sind von Adidas Adiletten Adiletten ich bin Berliner Klassik und das ist bei uns so ein Ding weißt du, die Bademeister laufen damit rum und ich liebe die die sind super bequem safe jetzt haben wir Sommer ich hab ne lange Hose an das heißt, an meine Füße kommt ein bisschen Luft super, wichtig, wichtig ähm, ja, deine Pant, deine Hose ja, die ist von ARMY X Puma so ne Collab, glaub ich ähm, weiß ich aber auch gar nicht so genau ich find die fällt ganz cool weil die hat so ein bisschen so nen Schlag ja, safe und ich mag das Material ja, geil ich find auch die fällt top auf deine äh, auf deine Latschen und ich mag auch, dass die wie so ne Flügelfalte hat ja, 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 Bundfaltermäßig ne? Bundfalter genau, Bundfalter, sehr geil auf jeden Fall coole Hose siehst du, du bist besser im Fashion ich weiß gar nicht was ich mache ich zieh mich einfach nicht ach, du machst das schon, oder? du machst es auf jeden Fall nicht schlecht das ist wichtig dann das Shirt Shirt von Puma ganz normal da hab ich einfach die Farbe gefeiert fand ich voll cool irgendwie so nen Gelb ich find auch krass, dass die Quali die fühlt sich voll gut an so, voll perfekt für Sommer ich glaub die haben auf dem Quadratmitte relativ viel Cotton so auf jeden Fall und ich trag die eigentlich sonst gerne mit so ner hellen Desert Army Hose weißt du und dann irgendwie so Jordan 1er oder so, aber ich find heute hat es auch ganz gut ich check, ich check, ich check und die Kette? die Ketten sind so Perlenketten die hab ich, die eine hab ich geschenkt bekommen die andere hab ich in so nem Vintage-Laden in Berlin gekauft ich weiß auch gar nicht mehr irgendwo im Prenzelberg ok, ok und mir hat gefallen, dass die Perlen, weil ich finde man hat sich das jetzt schon so ein bisschen übersehen vom Ding her aber dass die so ein bisschen unregelmäßig so angereist sind ich find das gerade auch und dass die Perlen so natürlich also sind das echte Perlen? ja top, top, geil cool, Digga und die Sonnenbrille? die Sonnenbrille, das ist eine ganz coole Geschichte ich war grad in L.A. und da haben mich viele Leute so für ThunderCat verwechselt und da war ich auf dem Roseboro Flea Market und dann dachten die alle ich bin nur mit ThunderCat haben die Musik angemacht dann hab ich die Brille gesehen so an dem Stand und hab dann einfach hab immer gesagt man, ich bin das nicht, ich bin nicht aber die dachten trotzdem ich bin das irgendwie und dann haben die mir die so fast geschenkt das ist so ein Flohmarkt eigentlich so mit richtig coolen Sachen kannst du auch richtig gute Vintage-Sachen kaufen und da hab ich die her und seitdem lieg ich sie auch sie hat eine Geschichte genau eine Brille mit Geschichte safe richtig dann hast du noch so eine Prada ja genau das ist so ein Clutch von Prada weil meine Hosentaschen immer so voll sind packe ich da dann so mein Shit rein die hab ich tatsächlich heute erst aber auch gekauft ok ok die haben alle shoppen heute genau und genau dann kann ich so meine Sachen da reinpacken manchmal die Brille auch und genau nice Digga cooles Outfit ich find dein Outfit sehr lässig so wenn ich jetzt zum Strand gehen würde würde ich mich erstmal so anziehen oder deswegen heute ist so heiß ich dachte mir auch so bisschen sommerlich geil geil willst du noch irgendwas in die Kamera sagen jemanden grüßen deine Musik promoten ne checkt meine Musik auf jeden Fall aus viel lieber an euch supportet hier das Format weiter safe danke dass du mich heute eingeladen hast gerne gerne Bruder zufällig getroffen safe safe ja cool man vielen Dank du hast gedacht Bruder wie heißt du das geht Bro wer bist du ich bin Marco ich kenne dich doch ich kenne dich doch ich küsse dein Auge also ich habe gerade deinen Live-Auftritt gesehen hör mir auf jeden Fall ab und zu deine Musik an vor allem die Projekte mit Crow ich mag Crow's Musik auf jeden Fall da bist du ja ab und zu auch mit drin entspannt und jetzt checken wir mal dein Drip ab dein Outfit ich habe schon gesehen hier so paar kleine Details sind gut am Start aber ich würde sagen wir starten bei deinen Schuhen was sind das für Schuhe äh Supreme Nike wie heißen die ja Shocks Nike Shocks safe Nike Shocks sind die bequem deswegen habe ich sie Bro weil ich schon habt ihr gesehen ich war so ich brauche alle Farben alle Paar safe 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 auf jeden Socken Nike Stani muss wenn Nike Schuhe dann Nike Socken auf jeden Fall aber ich habe zu wenig Nike Socken echt Pants deine kurze Hose das Prada habe ich vor fünf Minuten gekauft von dem Store hier ok ich habe die gesehen die war wild da ist hinten so ein Prada Zeichen da irgendwo ne genau am Arsch safe entspannt sehr wild und hier die wie ist das Shirt das habe ich da auch gekauft gerade ok ich weiß ehrlich nicht was für eine vielleicht das ist keine Brand aber es ist fein ich mag das das sieht gut aus weißt du schon mal sieht gut aus safe safe was ist das für eine Bag die Bag ist sehr sehr wild das ist Margiela Margiela die ist sehr schön was hast du für die bezahlt ich habe voll vergessen die Preise zu nennen ne die stimmt für die war 1,7 1,7 ok sehr sehr wild das Shirt 150 150 die Pants glaube ich auch 150 150 Schuhe auch so niedrig 150 sowas und die Sonnenbrille Balenciaga das Teuerste Bro krass Sonnenbrille ok 350 350 250 so entspannt aber du hast da was noch sehr 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 also die Uhr ist glaube ich das Teuerste oh stimmt ja macht Sinn macht Sinn was haben wir da für eine Watch am Start das Dayjust Bicolor Bicolor Vintage Vintage auch sehr schön 2001 sehr cool Digga 2001 ja das ist dein Drip hier dein Betrag ich finde styletechnisch auf jeden Fall cool Bro du hast du deinen eigenen Vibe den du vermittelt zu müssen weißt du ich finde es sehr sehr wichtig check das auf jeden Fall ab Leute sehr sehr entspannt easy geil peace so wir haben jetzt auf jeden Fall die Outfits gesehen Leute ich fand die Outfits sehr cool besonders das letzte von Bad Chief war sehr lässig am Start Leute könnt ihr gerne eure Meinung mal in die Kommentare schreiben wie findet ihr die Outfits was könnt ihr dazu sagen lasst uns auf jeden Fall gegenseitig mal austauschen und by the way Leute mich würde es sehr freuen wenn ihr meinen YouTube Kanal abonniert und die Glocke aktiviert Leute in Zukunft werden auf jeden Fall nice Projekte auf euch zukommen und das dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen ich würde mich an der Stelle verabschieden Leute wir sehen uns beim nächsten Video bis dahin ciao bis zum und dann bis zum mit bloß bis zum Spaß Video